Moin Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute wieder Assassin's Creed Pirates. Und heute gehen wir auf die neue Insel. Wie ich versprochen habe, habe ich noch nichts gemacht. Dann würde ich sagen, gehen wir mal gleich. Dann. Also, heute sind wir halt, wie gesagt, auf der neuen Karte. Und ich bin gespannt, was wir alles erleben werden. Ich würde sagen, wir machen erstmal die Geschichte weiter. Entschuldigung, dass ich den ersten Teil von der Geschichte nicht weitergemacht habe. Hier sieht man es nochmal unter der Prinz der Piraten, Kapitel 2. Sieht man nochmal Juli 1716. Als nunmehr echter Piratencaptain trifft Alonso auf den Anführer der Piratenbande. Ich würde sagen, let's go. Hier, hier kann man nicht schlägen. Achso. Ja, hier das ganze Gequatsch hier jetzt. Da Buse folgen. Leute, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr mal ein Intro haben wollt oder nicht. Also, ob ihr halt sowas haben wollt. Schreibt es einfach in die Kommentare. Ja, die Kommentare. Wachschiffe finden und versenken. Dann werden wir mal gleich hier zu dem ersten fahren. Dann haben wir natürlich die Vortrott, weil die rot sind. Nein, das war ein nicht kluges Spiel von mir. Dann geht es gleich weiter. Shit hat nicht reagiert. Mann ey. Und Angriff. Susan. Mann. 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 Ich muss sagen, diese Schiffe, die Wachschiffe hier, stecken ordentlich was ein. Mann, ey. Schon wieder nicht getroffen. So, jetzt werden sie aber versenkt. Zack. Boom. Dann hier gleich zum nächsten Wachschiff. Einen von drei haben wir bisher versenkt. Okay, wie soll ich da hinkommen? Lule, hier sind überall goldene Schiffe. Das kann ich einfach nicht sehen. Mensch, muss ich gehen. Oder leise. Alles schon wieder viel zu einfach hier. Und jetzt bitte noch ein roter Punkt. Dann wird es jetzt richtig einfach. Hat man schon wieder kein roter Punkt. Ausweichen. Und immer und immer wieder. Ich finde jetzt irgendwie, seitdem Ferien sind, klappt es ein bisschen besser mit den ganzen Videos, weil ich dadurch mehr Zeit habe, was hochzuladen. und sonst war ich halt mehr woanders und so. Musste mich um Schule kümmern und so. Wer kennt's? Genau, genau, genau jetzt, wo wir diesen roten Punkt haben, habe ich meine Kanone davor abgefeuert. Na toll. Ach, Mann ey. Schon wieder so ärgerlich. Zwei rote Punkte schon. Und unsere Kanone war gerade geladen, wo wir auffallen mussten. Aber jetzt gibt's Rache. Doppelpunkt. So, jetzt die Frage, wo ist das da? Hinter dem Berg. Na super. 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 So, weiter geht's. Ach, und nochmal Entschuldigung, wegen gestern, ähm, ja, mein Handy jetzt auf einmal angefangen zu hängen und Entschuldigung, dass ich da nicht tschüss gesagt hab halt. Es tut mir sehr leid. Ich hoffe trotzdem, euch hat das Video von gestern gefallen. Oh, schön kritische Treffer. Kritische oder kritische ist eigentlich bei dem egal. Huch. Ja, das war jetzt ein Fehler. Und wir haben ja diesen Heilung. Ach, Mist. Entschuldigung, ich hab grad weggeguckt, weil ich mich grad unterhalten hab. Jetzt hab ich, na zwei, jetzt hab ich nur noch einen weiten Leben. komm, das müssen wir wieder aufräumen. So, jetzt geht's weiter. Wieder ausweichen. Hoffentlich trifft uns keine Kanone. Schön abwehren. Es wär cool, wenn in der Zeit, wo der andere schießt, dass man dann, äh, dass die Kanone dann gleich nachlädt. Pfff. Na toll, jetzt muss ich auch noch auf Minen aufpassen. Na, super. Ja. Hoffentlich war ich gegen keine Gegend. Hoffentlich war ich gegen keine Gegend. Tricks 17. Einfach durchfahren. Und fertig sind wir. Da der Nebel sich verzogen hat. Und so eine Chance. Ich bin so eine Chance. Na ja, ich bin so eine Chance. So. Auch alles wieder schön vorspulen. Und jetzt muss ich da hinten hin. Och, na toll. Echt super. Ja. Schwierig entscheidend. Und jetzt muss ich Nein, hm, toll, mal gucken, ob wir es da hinten rum schaffen. Ja, schön, und da bist du, bitte nicht, nein, na toll, schon wieder Farb, so, also du musst jetzt ein bisschen logisch denken, vielleicht in die Ohren durchgehen, nein, bitte, 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 so. 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 Leute. Ich würde sagen, das war's für heute. So. 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 Ich glaube, Leute, dass wenn wir es gerade nicht mehr schaffen, das wird auf jeden Fall sehr knapp werden. Ah, na toll. Ja, das schaffen wir leider nicht mehr. Ja, okay, wir haben es nicht geschafft. Jedenfalls zeitlich nicht. Dann müssen wir wohl die Mission wiederholen. So schnell wie möglich. Ja, der fährt hier auch ganz schön günstig. Lass auf jeden Fall jetzt alle schon mal ein Abo und ein Like da. Ja, natürlich Abo und Glocke aktiv. Dann verpasst ihr kein einziges Video mehr von mir. Und wenn ihr mehr von Assassin's Creed Pirates sehen wollt, lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich glaube, wir waren bei 30 Sekunden erst hier. Also 15 Sekunden ist schon mal ein bisschen Vorsprung, glaube ich. Das ist hier nicht so einfach, wie es aussieht. Ich glaube, ich fahre lieber so, weil so kann ich ein bisschen besser fahren. Ja, das meinte ich. Hoffentlich schaffen wir es diesmal. Okay, das schaffen wir nicht mehr. Das da vorne ist, glaube ich, auch nicht der letzte Punkt. Was da vorne ist das Ziel? Bitte, das müssen wir schaffen. Nein. Nein. Bitte, bitte, bitte. Ja, eins. Nein, was? So knapp davor. Okay, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Geil. Ja, moin, Digga. So. Auch wieder alles vorspulen. Jetzt müssen wir wieder Sklavenschiff sprechen. Und dann fangen wir Sklavenheit ein. Nachdem wir das Sklavenschiff hier geschwächt haben, werden wir auf jeden Fall aufhören für heute. Ich werde natürlich wieder so weit kommen in den Stufen wie möglich. Jetzt ist das Sklavenschiff. Jetzt ist das Sklavenschiff. so. Jetzt sind wir jetzt fertig. Jetzt schnell alle Sklaven einsammeln. das müssen wir jetzt schaffen da ist der letzte wir haben wir haben es geschafft leute oder zurück easiness immer nur dieses hin und her so So, leider sind wir auch schon. Ja, Leute, wir haben jetzt endlich Kapitel 2 abgeschlossen. Haben ordentlich viel XP und Skate bekommen. Stufenaufstieg, Level 6, geil. Mal gucken, wie viel wir dafür brauchen. Okay, wir müssen dafür Level 9 erreichen. Und dann würde ich sagen, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall alle ein Abo da und verprügelt den Like-Button so lange, bis er blau ist. Ja, okay, das war's dann und ciao.